Titanchen 4, ja also hier. So, also da würde sonst normalerweise Titanchen stehen. Axel, herzlichen Dank nochmal für deine Zeit heute. Ich habe Axel gerade aus meinem Garten geholt und gesagt, komm in dieses dunkle Büro, dieses dunkle warme Büro. Das hast du dir doch zugemacht, wo du sagst, wo wir mal durchzumachen. Okay, dann. Ja, ich bin wieder schuld. Es ist hier nix. Philipp hat nix im Griff in seinem eigenen Haus. Die Frau kommt nicht, wenn er ruft, obwohl er hier der Herr sein soll. Der Altvater Odin hier präsentiert und jetzt bin ich schuld, dass die Tür hier verschlossen ist. So einfach ist es. Gut, dass du das einsiehst. Also, es ist Ding der Titan. Es ist wirklich nur ein Mini-Ausschnitt. Bis jetzt ist nicht viel gekommen. Ich glaube, mit Michael Brück war was. Ja, ja, so ein Interview. Michael Brück ist ja jetzt kein Jungnazi mehr, sondern ein Libertärer. Ja, ganz große Entwicklung. Eigentlich keine, wenn man ihn so reden hört. Aber das muss natürlich vom libertären Michel Dangel produziert werden, weil er ja auch ziemlich allein auf weiter Flur in der Szene steht mit seinen libertären Ansichten. Man muss es auch sagen, jetzt der Michael Dangel auch, auch eine Ausstrahlung wie ein alter Joghurt. Das ist gar nicht so böse gemeint, aber es ist so, der sagt ja auch über sich selber, er hat das Dangl'sche Prinzip erfunden. Also, der Mann ist ein Denker, der ist ein Titan, der die Leute an den Tisch bringt und sie wirklich fundamental oppositionell kritische Beiträge produzieren lässt über die Farbenlehre des Volkslehrers oder warum Homosexualität den Untergang Deutschlands eingeleitet hat durch die Legalisierung der Homo-Ehe und anderes. Also, wenn der Typ nicht wäre, dann wäre Deutschland wirklich nicht mehr das Volk der Dichter und der Denker, Philipp, oder? Ist einfach so und ein Dichter und Denker wurde heute von YouTube runtergeschmissen. Oh, ja, herber Verlust. Ja, YouTube wird nie wieder das sein, was es mal war und zwar der FSN-Kanal wurde gelöscht. Zumindest ist er nicht mehr sichtbar und es wurde gejammert, weil heute sollte doch das große, das Unglaubliche, ich glaube, legendär, bevor es überhaupt stattgefunden hat, hätte, wäre heute ausstrahlungslos Frank Franz auf ausstrahlungslos The Brain getroffen, wo ich gesagt hätte, oh Gott, wie fürchterlich. Und da hat YouTube gesagt, so was wollen wir einfach nicht in dieser, wir wollen YouTube nicht so langweilig gestalten und deswegen hat es der Kanal erstmal weg, FSN-TV gelöscht. Das wäre auf jeden Fall auch ein mieses Verbrechen gewesen, wenn die beiden auf YouTube hätten da online gehen können. Frank Franz und The Brain, das wäre brutaler Mord an der Lebenszeit sämtlicher Zuschauer gewesen. Da hat man auch aus Fürsorgepflicht einschreiten müssen und sagen müssen, Alter, geht gar nicht um die Inhalte, geht einfach um die Typen. Wer die länger anguckt, also der verblödet, weil das Gehirn sich selber abschaltet aus Selbstschutzgründen. So einfach ist das. Ich habe hier gestern noch was zugeschickt vom lieben Piet. Baba, du faul. Baba, du faul. Baba, du faul. Ja, also, auf das Fischöl für den Tisch, aber auch für den Körper. Nein, also, ich weiß, ich, was, ich, Axel, Verschwörungstheorie zum FSN-Kanal, was meinst du? Die waren so erfolgreich und hätten mit Frank Franz nach der Neu-Umbenennung der NPD in die Heimat ja wirklich einen bahnbrechenden mediale Gegenoffensive eingeläutet, die Milliarden Deutsche Trillionen, Billionen auf der ganzen Welt überall verteilt dazu gebracht hätte, das Scholz-Regime zu kippen und den Friedensvertrag mit dem Volkslehrer und Trump und Putin aufzusetzen und Deutschland wieder genauso schön zu machen wie 1933. Das, ja, so einfach. Ich glaube, eine Verschwörungstheorie wird einfach sein, wir haben Schuld da dran. Wir haben angeblich gemeldet und getan und sonst irgendwas. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mit Fug und Recht sagen, dass ich niemals irgendjemanden von diesen Kanälen gemeldet habe. Ich bin sogar so krass, dass ich sage, die haben auch ein Recht, ihren Scheiß zu verbreiten. Es gibt auch ein Recht auf Doofheit, es gibt ein Recht auf Irrtum. Wenn es dieses Recht nicht gäbe, dann könnten wir nicht hier sitzen. Vielleicht sehen die das ja irgendwann ein und schämen sich für ihren Content. Wenn nicht, ist es immer auch gut, dass wir dagegenhalten und dass wir darüber aufklären, was dahinter steht und was für Verholen davor bleibt. Ich gebe mir noch, danke. Entschuldigung. Und musst du mir immer dazwischenreden? Also hier, Philipp. Nein, ich wollte hier so eine Sendung kommen. Du kannst ja hier nicht immer in deinem Ohr und einem Tisch auf deinem Kanal mir dazwischenreden. Ey, du so... Ja, das hat er ausgemacht. Ja, ausgemacht. Ich habe mich... Die Zensur. Du sagst immer, du zensierst nicht und zensierst mich jetzt sogar hier weg, du alter Kommentarlöscher. Ich habe mich nur entschuldigt, dass ich mit meinem Stuhl gegen deinen Stuhl... Ja, du kannst doch aufpassen. So eine Entschuldigung im Nachhinein, was soll ich noch anfangen? So eine Entschuldigung, die ist gar nicht so einfach. Kriegt ihr, was ich hier mitmache? Kriegt ihr das hier mit? Du hast das nicht so einfach, aber es geht jetzt hier um Michael Dangel gleich. Ja, irgendein Gejammer wegen irgendeinem Nazi, der, glaube ich, Arbeit verloren hat oder keine Ahnung, irgendwas. Wir wurden gerade gefragt, könnt ihr euch das vorstellen? Also, und das ist wirklich eine Überlegung wert. Glaubt ihr, dass so wenig Videomaterial vom Team der Titan rauskommt, weil wir uns darüber so lustig machen? Also, ich fände es schön, wenn es so wäre, aber ich muss tatsächlich aus eigener Erfahrung sagen und auch in Kenntnis einiger der dort auftretenden Protagonisten. Die haben einen derartigen Selbstschutzmechanismus mit einem überbordenden Ego, dass die sich zum einen irgendwo auch darüber freuen, wenn wir auf sie reagieren. Und sich überhaupt nicht vorstellen können, dass irgendjemand ihren Wahnsinn tatsächlich ähnlich kritisch betrachtet wie wir. Ja, das sind dann immer so Kommentare, die bezahlten Schergen vom Schlaffer und vom Gereizt und das sind doch alles hier die selber, die da kommentieren. Oder wenn irgendwelche gekauften Systemidioten, GZVS-Agenten, das ist tatsächlich deren Weltbild. Die glauben tatsächlich, sie würden eine Mehrheit repräsentieren, sie würden vernünftige Thesen äußern. Und wenn man sich darüber lustig macht, vollkommen zu Recht, wie ich finde, dann nehmen die das gar nicht an. Dann würden sie ja zugestehen, dass wir auch valide Punkte treffen mit unserer Kritik und dass wir uns auch zu Recht lustig machen. Aber das können die nicht. Aber normalerweise wäre das doch, wenn man sagt, okay, an diesem Ort irgendwo, war das Hessen oder Rheinland-Pfalz? Ich weiß es gar nicht mehr. Die sind jetzt, glaube ich, ins Ausland sogar ausgewichtigt. Ja, für das Tinker-Titan. Ich meine, die wären sogar ausgewichtigt. Ist die Schrott-Garage jetzt... Die ist zusammengebrochen. Die ist zusammengebrochen. Ja, mit dem rauchenden Grill, die mir doch richtig schwere Erinnerungen mein Gehirn gefressen. Muss man doch aber sagen, Axel, normalerweise müsste man auch so rangehen und sagen, okay, hier treffen sich die Titanen, die Denktitanen und die nationale Elite, die politische Führung, die Vordenker, auch im metapolitischen Raum. Das wäre doch erst recht zu sagen, okay, das, was wir hier erarbeitet haben, was wir uns hier vollgesülzt haben, das müsste doch normalerweise in die Welt rausgetragen werden, wenn das so Titanen-mäßig ist. Ja, vielleicht wollen die das nur Leuten im inneren Kreis erstmal mitgeben, weil die anderen das noch nicht wissen dürfen. Vielleicht haben sie auch einfach keinen, der ihr schlechtes Video schneiden kann und produziert. Vielleicht war die Location, die sie ausgesucht haben, noch bescheidener als dieser versiffte, baufällige Keller, in dem sich die Titanen da sonst getroffen haben. Oder das Kloster Festrat mit dieser Sifftheke und der Einrichtung, die seit 50 Jahren nicht renoviert wurde. Ja, da passen sie auch rein. Ich meine, es ist ein schönes Ambiente, da findet zusammen, was zusammengehört. Aber letztlich muss man ja sagen, dieses Team der Titanen, das ist ja so ein bisschen wie das letzte Aufgebot, April 1945 Berlin. Ja, das sind ja wirklich die allerletzten, die bis zuletzt nicht raffen, was Ambach ist, dass sie schon so isoliert und kaputt und fettig sind mit der Welt, dass die Leute wirklich nur über sie lachen oder den Kopf schütteln können oder sich wünschen, dass sie einfach nur nie wieder auftauchen. Das sehen die nicht. Die denken immer noch, der Endsieg steht kurz bevor. Das dangelsche Prinzip, das setzt sich durch und der Dangle, der dengelt ja alle so lange zurecht, bis er hier zum Reichslibertären ernannt wird und Deutschland befreit. Mit Frank Krämer zusammen, der den vorpolitischen, metapolitischen Raum erobert hat, mit seiner unglaublichen Ausstrahlung, seiner tollen Energie und seinem Multikulti trifft Nationalismus. Ja, wo man einfach auch mal sagen kann, du bist nicht mein Freund und dich mag ich nicht und du musst trotzdem verschwinden. Und die Leute jubeln dann auch und sagen, boah, ist der tolerant, boah, ist der nett. Also was für nette Typen. Super. Apropos nette Typen, ich bin dafür, dass wir nach 10 Minuten live dann jetzt auch wirklich mit dem Video starten. Pinsel? Also so früh schon? Ja. Hast du es eigentlich? Ja, es ist leider, ich hätte mir vom Tink der Titan noch ein bisschen mehr gewünscht. Also bitte macht Material, schneidet Videos, bringt sie raus. Ich würde sogar anbieten, Philipp, wir veröffentlichen das für euch überarbeitet exklusiv. Ihr müsst gar nicht selber euch die Arbeit machen, ihr könnt das nicht, wie man sieht, wie ihr eure Videos schneidet und wie ihr Dangle immer um Hilfe bettelt. Vielleicht kann mir da einer ja zur Hand gehen. Schick uns das ganze Material. Schick uns das zu, wir veröffentlichen das, wir kommentieren das. Ich mache den Google Drive Ordner und das ganze Material einfach ungeschnitten rein und wir kümmern uns drum. Und dann habt ihr unsere Kommentare, aber dann kriegt ihr zumindest mal ein bisschen Aufmerksamkeit. Sehr gut. Also gucken wir an, Intro, Attacke. Das ist glaube ich die Eröffnungsrede vom Tink der Titan. Ja, also der Dangle, der Dangle uns hier jetzt gleich einen rein, du, ne? Also ich bin schon so ein bisschen hypnotisiert auch vom Intro jetzt. Die sitzen drei Tage zusammen. Drei Tage? Drei Tage. Ich dachte, das ist ein Nachmittag. Es geht um Deutschland. Die Tagung beinhaltet doch auch Gemeinschaft und Zusammensein und ganz, ganz toll und spannend und Wolfszeit für Bundland. Drei Tage labern die sich da voll und das ist das Beste, was rausgebracht wird. Das sind zehn Fragen an Michael Brück oder Volkslehrer, Farblehre oder warum Homosexualität Deutschland abgeschafft hat. Tatsächlich, du meinst das jetzt ein bisschen ironisierend oder sarkastisch, aber so ist das. Die haben nichts Besseres. Das ist das Beste, was da passiert. In drei Tagen. Ja. Ist das das Beste, was bei Titanen rauskommt? Ja. Sagt einiges. Ich sage, das soll jetzt gar nicht so arrogant klingen, ne? Und ihr wisst das selber. Ich sage mal, sowas schmieren wir hin ohne Vorbereitung. Philipp, ich könnte jetzt nach einer durchzechten, übermüdeten Nacht, ja, könnte ich aufstehen, du setzt mich hier vor und sagst so wegen, Axel, ich gebe dir eins der Themen vom Tink der Titan. Arn, ich könnte ja aus dem Stehgreif drei Stunden lang einen Vortrag halten, der, selbst wenn ich nur Furz- und Blasgeräusche machen würde, wie interessanter, ja, lustiger und inhaltsreicher wäre, als das, was diese geistigen Titanen des Vaterlandes und des Kampfes um Deutschland, ja, zustande bringen. Aber seht selbst. Also ihr denkt immer, der heißt, der labert, der hat einen Größenwahn, einen Napoleon-Komplex. Guckt euch gleich mal den Dangle an und dann, dann setze ich mich mal wirklich drei Stunden hin und mache Furzgeräusche und das wird euch besser gefallen, als der Scheiß, den der Typ da verbreitet. Da, da, da gehe ich jede Wette ein. Warum haben Extremisten, ja, wirklich für so Quinsche, Quinsche, weil es ist ja ähnlich wie so, Thüringen, ich habe ihn verschluckt und dann, Barbare-TV. Können die nicht nochmal reden? Nein, 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 es muss auch Schriftart Germanisch 3 sein, sonst geht nicht. Aber ich lache mich tot mal bei diesem Thüringen, es ist, das ist ja, das war Team der Titanen 3, glaube ich. Ja. Ja, liebe Freunde, die nächste Eskalationsstufe ist erreicht. Wenn ich nochmal ganz kurz replizieren darf. Team der Titanen 1, Hermann Rödshausen, gab es Hitlver, nachdem wir bei den Ludendorfern waren, ein bisschen Medienrummel, aber war alles unproblematisch. Äh, ja, dann gab es massive Prophezei von dort bei Team der Titanen 2, aber war auch noch unproblematisch. Bei Team der Titanen 3 haben den Vogel abgeschossen, dachte ich, die sollte. Hundertschaften in Durscher Fässler. Und jetzt fahre ich, wie ich mich zu spät, mit meinem Mitfahren los aus meinem Heimatort. Dann ruft mir ein gewisser Sascha-W-Punkt an und sagt, er wolle gerade auf die Burg. Und eben seit der Eintritt verwehrt worden, die fristliche Kündigung ausgereicht und vermehrte Polizeifahrzeuge vor Ort. Nein, also ein historischer Ort, der von irgendeinem Verein oder staatlich oder, ich denke, das sind immer Vereine, das sind meistens Vereine, die auch... Die meisten Trägervereine, die aber auch mitunter staatlich angebunden sind. Kann aber auch privat sein. Wir wissen es nicht. So, und okay, da wirst du informiert, heute auf eurer Burg wollen sich Neonazis vom Team der Titanen treffen. Da sagt man doch als Betreiber von so einem Ausflugs-Museums-Kulturhistorischen Objekt, sagt man, schön. Ja, also wenn man Nazi ist oder Rassist oder Antidemokrat oder Verschwörungstheoretiker oder Ludendorfer, auch ganz üble Antisemiten und Verrückte, die sich auf den alten Ludendorff beziehen, seine Frau hat das gegründet, das war so der Vorläufer von rechtsextremer Esoterik und solchen Geschichten. Also wenn solche Leute da auftauchen, dann sagt man natürlich dann als Sympathisant, boah, finde ich geil, aber jeder normal denkende Mensch, der auch an seinen Ruf und ja, auch an seine eigene Stellung denkt in diesem Land, der wird mit Fug und Recht sagen, boah, die habe ich ja gar keinen Bock machen, also überhaupt nicht und nö, dann kündige ich einfach mal. Ja, ist dann für mich auch so ein bisschen jetzt das klassische Rumgeopfer. Aber die sind gefährlich, Philipp. Immer da war ein Polizeieinsatz und dann wurden die kontrolliert und dann gab es einen Medienbericht. Das ist doch hier ganz klar das Bundland, ja, das jetzt in helle Aufregung gerät, weil diese Elite, diese 20, 30, ich bin mal nett und sage, 100 Teilnehmer, die sie nie im Leben waren, da zusammenkommen und Vorträgen lauschen, wie ja, warum eben dann über die Rothschildsche jüdische Weltverschwörung die Farben gelb und blau negativ besetzt sind und dadurch dann die Weltherrschaft der Juden erklärt werden kann. Also das sind ja die Themen, die da besprochen werden. Ich denke mir das nicht aus, Leute, wenn ihr das nicht wisst. Ja, ja, das ist... Ich übertreibe jetzt nicht oder sauge mir das aus den Fingern. Das sind die Themen, die dort bei diesen Leuten, diesen Titanen besprochen werden. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass Leute sagen, wenn sie mal darüber informiert werden, wer da mit welchen Thesen und Themen auftritt, dass die sagen, boah, habe ich aber gar keinen Bock drauf, ne? Ja, also ich finde das auch, Nils Beuys sagt, der Dangle ist schon wirklich wahnsinnig spannender Erzähler, rhetorisch deutlich talentierter als Axel, ja. Ja, also hier ganz normal und man muss es sagen, es war, es ist... Okay, Philipp. Jeder, der in dieser Szene einigermaßen drin war oder sich mit Gruppen beschäftigt hat im Bereich Nationalsozialismus oder anderen einfach radikalen Gruppen weiß, es gibt immer wieder Kündigungen bei Treffen von Turnhallen bis hin zu Gaststätten, irgendwelche Treffpunkte, Hinterzimmer, egal. Erst nicht nur, weil die Polizei das vorher zumacht, sondern es gibt einfach Betreiber, die sagen, ich will euch nicht als Kunden haben. Ich will nicht, dass Dangle da mit 40 Neonazis aufläuft. Es wäre mal interessant, vielleicht kommt da noch hinzu, ob unter Vortäusch und falscher Tatsachen angemietet wurde, die Räumlichkeit. Dass es nämlich Gang und Gäbe in der rechtsextremen Szene, haben wir auch immer so gemacht, wir sind ja nicht da aufgetaucht und haben gesagt, wir sind die Nationalsozialisten Köln, wir sind die Kameradschaft so und so, wir sind der Kampfbund hier und da, sondern haben immer irgendwie gesagt, ja, ist hier eine Bürgerversammlung, Kegelverein, unpolitisch oder wenn es politisch war, irgendwas, was damals Unverdächtiges, ja, hier Initiative für mehr Umweltschutz und ja, weil man einfach wusste, die Leute haben keinen Bock auf unseren Scheiß und würden uns keine Räumlichkeit geben. Deswegen ist hier die Frage, sind die da hingegangen und haben gesagt, wir wollen hier Wolfszeit für Bundland als Team der Titan fordern oder haben die irgendeinen anderen Stuss erzählt? Bin ich mal gespannt, was jetzt kommt, ne? Ja, was von jedem Betreiber völlig in Ordnung ist. Also ich finde, man kann immer noch sein Hausrecht und es ist einfach so, die werden sich nicht vorgestellt haben, wer da aufläuft, ja, dass da Neonazis aus ganz Deutschland zusammenkommen und dann irgendwie über, wirklich von homophob bis antisemitisch, rassistisch irgendwas in die Scheiße rotzen, irgendwas in die Welt hinaus rotzen. Ich muss jetzt mal hier Kritik üben, Philipp, weil es geht ja auch um Deutschland, ne? Herr Dangel und liebe Titan, ja, also warum unterstützt ihr denn nicht die Kameraden, ja, die national befreite Zone geschaffen haben mit deutschen Anlaufpunkten, wie das Kloster Pesra und andere Städten, in denen ihr schon zu Gast gewesen seid, ja? Da mietet ihr euch ein bei irgendwelchen hier steuerzahlenden Bundland-Kapitalisten und Wunderleuten, die euch rausschmalzen. Ja, also da müsst ihr mal in euch gehen und euch die Frage gefallen lassen, warum ihr denn nicht die Kameraden unterstützt mit euren Tagungen, anstatt hier in die freie Welt hinaus zu gehen. Ich habe gestern gerade gehört, dass Sven Krüger aus Jamel sein sogenanntes Ting-Haus verkaufen möchte, das gilt als unverkäuflich. Das ist genau, so schön Odalruhene als Feuerstätte oder komisch, dass man auf dem Grill Happy Holocaust. Und da muss man ja auch mal sagen, da wurden mich nicht genug Veranstaltungen durchgeführt und so weiter, wurde ja teilweise sogar noch gestützt von der NPD damals, glaube ich, über die Landtagspolitik. Er war ja auch Abgeordneter der Partei und Mitarbeiter. Und das ist schon, ist das diese sogenannte nationale Solidarität, über die du nochmal sprichst? Ja, das ist diese Kameradschaft, dieser eiserne Beistand untereinander, die allen Stürme trotzende Kameradschaft, die alles überwinden will. Vor allem dieses System, aber halt nicht die eigene Problematik, dass man selber zu faul oder zu doof ist, noch Veranstaltungen für diese Szene auf die Reihe zu bekommen. Und ja, ist schon bitter. Vor allem Sven Krüger, der hat ja jetzt nicht das Tinghaus irgendwo in Köln, wo es keine breite nationale Szene gibt, sondern wirklich einen Hochbogen dieser Szene, wo es eine breite Subkultur gibt, wo es breite Anhängerschaften der NPD und anderer Neonazi-Parteien gibt, wo es übergreifend auch Kontakte zur AfD, zu Identitären, zu Neuen Rechten gibt. Und dann kriegt ihr das nicht mehr auf die Kette, da genügend Veranstaltungen durchzuführen, damit sich das Teil trägt und muss es irgendwie verkaufen. Das sagt schon viel über die Schlagkraft dieser Szene und die Kameradschaft untereinander aus, oder? Punkt. Aber gucken wir uns das Gejammer weiter an. Begründung? Na. Und natürlich, so eine kurzfristige Kündigung, kann man sich mal unterscheiden, ob die überhaupt berechtigt wäre. Das Problem ist nur, ich habe sofort anwaltlichen Rat konsultiert im Ergebnis, dass man mir sagte, Freitag 15.30 ist kein Lichter mehr. Vor Ort. Ihr wisst ja, der Lieblingssatz. Freitag 1 ist alles meins. So? Boah, der ist... Der Mann ist ein rhetorisches Genie, Wille. Nein, Axel, selbst wenn der... Das ist eine Granate! Also der Typ haut hier raus, ohne Manuskript aus dem Ärmel geschüttelt, weißt du, aus den 50er Jahren irgendwelche Stammtischparolen, über die noch nicht mal seine Kameraden lachen. Also was für ein Genie, der Herr Dangl. Also ein Mann vom Scheitel ist so so. Er scheinbar hat ja gar keinen. Ja. Sorry. Das Ding ist, Axel, ich muss dir leider wirklich sagen, selbst wenn er nicht jetzt der, der wer ist mit seinem Weltbild, ist das ja schon einfach schwach. Ja, dieses so und dann, ich habe mir anwaltlichen Rat. Das ist das typische Gelaber von allem. Ich habe einen Anwalt, jetzt ruhe ich erstmal einen Anwalt an und dann klagen wir und Schadensersatz und Laber und sie müssen uns freigeben. Sich damit auch zu beschäftigen, zu sagen, die haben hundertprozentig getrickst damit, was das angemietet wird. Die werden da gesagt haben, wir wollen uns hier, wir wollen Räumlichkeiten dieser Burg anmieten und wollen da einen Kongress abhalten, irgendwas. Da wird, die haben hundertprozentig das nicht gesagt, um was das wirklich geht. Es ist übrigens Unsinn. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass also bei bestimmten Versammlungen oder bestimmter Eilbedürftigkeit durchaus sogar noch spätabends Richter da sind, wenn diese Eilbedürftigkeit und diese Notwendigkeit von einem Anwalt geltend gemacht werden kann. Und das kann eigentlich ein Anwalt, gerade ein Szene-Anwalt wahrscheinlich, würde da bei der Nikon Schneiders gewesen sein, die ja da auch auf dem Tink der Titanen Vorträge hält. Die hätte ohne Weitwissen um 15.30 da einen Eilfax rausschicken können. Und ja, wenn die sagt, da erreicht man keinen mehr und das bringt alles nichts. Das ist Feigheit vor dem Feind, das ist Kapitulation, ihr Versager. Wenn ich damals eine Veranstaltung gehabt hätte, die mir gekündigt worden wäre, hätte ich aus Prinzip dagegen geklagt. Aber ihr Titanen, lieber rumopfern, lieber rumheulen. Was ist aus dieser Szene geworden? Was ist aus dieser Szene geworden? Guck dir die Typen an. Also was für Jammerlappen. Tja, und dafür, dass immer gesagt wird, dass wir in den 90ern oder ich in den 90ern nicht so richtig dabei war, da hätte es nicht gereicht, dass da vier Polizeiautos sind, die dann stoppen, wenn wir da in die Räumlichkeiten rein wollten. Also hier wird ja immer so getan, aber jetzt ist hier, das System ist kacke, aber ich rufe jetzt erstmal einen Anwalt an, wie wir uns da, weil hier heulen schon drei Leute, weil wir nicht wissen wollen, mit unserem Leinwand, mit unserem Beamer, kann mal bitte dieser Staat uns helfen, dass wir unsere Räumlichkeiten kriegen. Ja, aber sie haben doch sofort eine Räumlichkeit anscheinend gefunden. Also jammern auf hohem, hohem Niveau. Oh, wir wurden gekündigt. Oh, schlimm. Und ohne Begründung. Ach, boah, sowas habe ich schon nie erlebt. Nada. Oh, ein deutscher Staatsbeamter. Es ist eigentlich, es war eine Riesensauerei ohne Begründung, wahrscheinlich auf behördlichen Druck, aber es ist eigentlich eine besondere Grafite, denn in denen ich so spät gültige, bin ich natürlich auch nicht mehr in der Lage zu reagieren, also da hat einer sich was ausgedacht oder jetzt so spät erfahren. Aber wir sind Meister der Improvisation und deswegen sind wir hier. Manchmal ist es sogar besser als am geplanten Ort, manche nicht ganz so gut, deswegen bin ich um Verzeihung, aber ich muss natürlich ein ganz großes Komplement an alle Helfer hinausgeben, die es ermöglicht haben, dass wir uns trotz all dieser Ungemacht nicht storten müssen. Also der Zug der Titaden zieht weiter, niemand kann uns storten werden. Ungebremst. Ungegelt dieser Zug mit seinen 5 kmh, der durchbricht bald die Schallmauer. Boah, also das ist hier die ganzen Helfer und dann haben wir umorganisiert, einiges ist besser, einiges ist schlechter. Wir wissen auch nicht, ob das jetzt perfide war, ich behaupte das einfach mal, kann aber auch sein, dass er es später bekommen hat. Vermutlich waren es die Behörden, wir wissen es einfach nicht, aber ich hau es einfach mal raus, scheißegal. Egal! Philipp! Scheiß doch egal! Ist das heute wirklich so, dass die das nicht schaffen, die wirklich, die Vordenker dieser Szene, die Titanen, dass die das nicht schaffen, Ort, Ausweichort, Bundeslandwechsel, das sind doch die ganz normalen Spielchen, die man immer gespielt hat. Also zu meiner Zeit war es tatsächlich so, dass wir, wenn wir größere Veranstaltungen organisiert hatten, die auch dann für ein Bundesland, sogenannte GAU-Treffen oder Westveranstaltungen, Vernetzungstreffen, dass man immer in der Hinterhand Ausweichveranstaltungen hatte. Normal! Und auch die rechtspopulistischen Formationen damals, egal ob es Republikaner waren oder die sogenannte Pro-Bewegung, quasi so Vorläufer der heutigen AfD in ihrer Anfangszeit, bevor diese zur NPD 2.0 wurde, die haben immer was in der Hinterhand gehabt. Da kann ich mich erinnern, da haben wir auch versucht damals, Ende der 90er, in Luxushotelsäle zu bekommen, die sind dann auch gekündigt worden und da hat man dann schnell beim christlichen Verein junger Männer irgendwas angemietet und da ist da Harald Neubauer aufgetreten oder Franz Schönhuber und weiß der Teufel was. Das war damals Standard und er tut jetzt so, die Eskalationsspirale geht weiter, es gab beim ersten Ding einen Medienbericht und beim zweiten Polizeiwagen und beim dritten eine ganze Hundertschaft. Alter, das war damals Standard. Denkst du, bist du jetzt besonders wichtig, weil du das erlebst, was dieses Thema sagt, ja und Tag. Und leider tun sie ihm damit ja sogar einen Gefallen, weil sie sich auch nochmal wichtig fühlen. Ja, na klar, das ist ja wohl wie die, mit stolz geschwellter Brust, das habe ich noch nicht erlebt, ich bin so wichtig, wir sind die Titane, die Zug geht ungebremst, weiter. Zwar in den Abgrund erreicht, bin der Dangl, ich habe das Danglische Prinzip, das muss keinen Sinn und Zweck haben, Hauptsache ich kann labern, dass ich zu Hause losgefahren bin und ach, super Typ, super Typ, also ich finde den hochsympathisch. Also wenn der Kanzler wäre, Philipp, dann sähe es hier in Deutschland aber ganz, ganz anders aus. Wir sind hier, vielen Dank, dass ihr gekommen seid und diese Katastrophe da haben, die du um ihn hehmt. Wir werden das Beste draus machen. Der Ding, der die Tat im Vierse öffnet, Wolfszeit, Verbundland, es kann losgehen. Und da sind wir auch gerade schon eigentlich beim Begriff. Es war mir relativ interessant, ich weiß gar nicht, gibt es im Nachricht, so außer Heizendienst nur noch Entstation rechts oder keine Ahnung, ob wir Entstation rechts aus einem fabelhaften Bericht geschrieben, in dem dann stand, die Einladung zur Wolfszeit Verbundlein würde einen Wolf enthalten, der droht sich auf eine Rebenbodenfahne zuwendet, wie das hier. Und damit wäre ja klar, dass wir eben die multikulturelle, offene demokratische Gesellschaft ablehnen. Also ich würde sagen, da braucht man jetzt nicht unbedingt diese schlechte Grafik, die Sie da in fünf Minuten so schlecht zusammengebastelt haben, dass sich jeder Grundschüler, der mal einen EDV-Kurs gemacht hat, in Grund- und Boden schämen würde. Da muss man euch einfach nochmal zuhören. Da muss man einfach mal gucken, wie ihr antidemokratisches, rassistisches, homophobes Gedankengut in die Welt hinauskotzt, auf eurem Ding der Titan, wie ihr eine Kriegserklärung an Bundland abgebt, ja, und gerade auch, was du auf deinem peinlichen, lächerlichen Kanal da an Pranger wirklich dann für Hass und für verelende Parolen rauskotzt. Also da muss man sagen, braucht man nicht so eine schlechte Grafik. Ja, und was soll es sonst zeigen? Was soll es sonst zeigen? Wie soll man das sonst interpretieren? Weißt du, hier wird ja so getan, als wenn das wieder so typisch... Wir werden vorverurteilt. Wir werden vorverurteilt, Philipp. Weißt du, da reden wir halt dann hier von rotschildischer, jüdischer Verschwörung und Farblehre, die alles durchdringt und lassen Leute darüber reden, dass eben dann die Öffnung der Ehe für alle und die Entkriminalisierung der Homosexualität den Untergang Deutschlands befeuern wird, ja, dass das alles hier Menschen sind, die Deutschland zugrunde richten, aber wie kann jetzt der Engstatt zurecht sowas schreiben? Du, ist es nicht normalerweise, also das war ja, das war ja mehr dein Thema, es ist, ich wechsle mal die Perspektive jetzt einfach mal als Zuschauer bei so einem Treffen. Ist es dann nicht besonders wichtig, bei so einer Öffnung, die Leute erstmal mitzunehmen und jetzt hier, jetzt starten wir und dann nicht ganz langsam hier ablesen, heißt das überhaupt, das ist ja, wenn das die Eröffnung ist, womit man gleich schon mal sagen möchte, das ist jetzt hier heute dieses Wochenende und Kameraden und für Deutschland, das ist ja Langeweile im Quadrat. Philipp, wir sind halt Sudel-Bundland-Propagandisten, so nennt Herr Dangl uns, ja, wir sind Sudel-Bundland-Propagandisten. Danke, Ihr Name gefällt mir auch und wenn du es sagst, ist es wirklich ein Kompliment für uns, Herr Dangl, ja, aber er kann halt nicht, ja, der ist halt chronischerweise ohne eigene Selbstreflexion und ohne eigene Selbstkritik geboren worden, der denkt, er wäre eine Bombe, er wäre der intellektuelle Kopf, der Vordenker, der rhetorische Wegweiser, der leuchtende Stern für den Widerstand in Deutschland, der kann nicht anders. Aber das ist ja schon als Eröffnung schlecht, danach weiß ich ja, danach wird es ja nur noch gruseliger. Philipp, das wissen doch sogar die eigenen Kameraden. Es ist ja auch nicht so, dass dieses vierte Ding der Titan jetzt zu einer grandiosen Massenveranstaltung geworden ist. Also, wenn man die Leute applaudieren hört, da kriegen wir, wenn die halbe Familie von dir hier ist, mehr Lautstärke zusammen, wenn ich einen zotigen Witz erzähle, als auf dieser lahmen, öden, langweiligen, peinlichen Veranstaltung. Das ist schon ein gutes Resümee. Ich bin mal bei dem Gesetz, was für die amputierte Ackerin hier mittlerweile glaubt immer noch irgendwie in die Tasten hauen zu müssen. Die Sache ist der ganze nicht. Den Begriffswolf seit Jahren vielleicht beginnt es mir immer mal tatsächlich der Begriffsträger und das ist nicht richtig, sondern es ist ein bekanntes Buch, Erfolgsauto Harald Jämer aus dem Jahr 2019, Wolfszeit, Deutschland und die Deutschen, 1945 bis 1955. Warum ist das so interessant? Ach, der Stunde 0, 8. Mai 1945 ist natürlich die öffentliche Ordnung zusammengebrochen und es gab eine Zeit, in der man dann einen Jura an sich selbst dachte und wie ein Wolf handelte. Also die Solidarität und die damals noch. Ja, also erstmal die öffentliche Ordnung der nationalsozialistische Terrorapparat wurde nach einem von ihm inszenierten mörderischen Krieg, der seinesgleichen in der Geschichte sucht, von den Alliierten niedergerungen und dann hörte das Morden, das Töten übrigens auch der deutschen Bevölkerung auf. Es gab ja einen unglaublich hohen Blutzall auch dann in den Reihen der Deutschen selber. Hitler hat ja den Deutschen auch den Tod gewünscht und sagte, dieses Volkverdienste nicht weiterzuleben und jeder, der nicht diesem Wahnsinn mitfolgen wollte, bis zur letzten Patrone gegen die gegnerischen Armeen zu kämpfen, der wurde von Volkssturneinheiten, von Wehrwolf-Kommandos aus den NS-Eingriffsgruppen ermordet. Ja, ich weiß, aber Aber war öffentliche Ordnung, die waren dazu legitimiert, Führerbefehl. Aber hat irgendjemand echt gedacht, dass er sich Wolfszeit ausgedacht hat oder was? Ich weiß nicht, ich habe den Artikel nicht gelesen, was er jetzt gesagt hat, war ja einfach nur, dass der Wolf eben dann die multikulturelle, offene, diverse Gesellschaft angreift. Ich habe den Artikel jetzt im Endstation Rechts gelesen, kann mich aber nicht erinnern, kann mir aber auch nicht vorstellen, dass sie ihn jetzt als Spiritus Rektor dieses Begriffes da irgendwie dargestellt haben, weil normalerweise sind die Leute von Endstation Rechts sehr gut informiert, da sind wunderbare Artikel von Armin Vertraugbar, die ich sehr empfehlen kann, der viele Buchrezessionen auch macht, ja, guter Artikel von Michael Klarmann, einen sehr engagierten Journalisten aus dem Aachener Raum, ja, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie ihm hier, ja, den klugen Dangel, den Spiritus Rektor des nationalen Erwachtenden Deutschlands, den Begriff Wolfszeit jetzt irgendwie angedichtet haben, oder? Ja, muss ja irgendwie so passiert sein. zuvor existierende Volksgemeinschaften, völlig implodierte und eigentlich nur noch jeder sich wie ein Wolf verhalten hat und das beste tat für sein Gut. Interessant. Ja, wer kennt die Bilder nicht, 45, dass sich die Deutschen da plötzlich alle der Gemeinschaft, der Volksgemeinschaft entledigt durch die Enthauptung der NS-Terrorhydra dann plötzlich selber den Schädel eingeschlagen hat. Das war damals so, die Nachbarn, die haben sich nicht geholfen, die haben sich nicht gegenseitig unterstützt, die haben sich aufgefressen gegenseitig. Da begann das Wolfszeit-Jahrzehnt. Ganz, ganz schlimm. Wäre doch dahinter noch geblieben, dann hätte es das nicht gegeben. Dann wäre die öffentliche Ordnung, die Gemeinschaft erhalten geblieben. Ja, Mensch, geht doch in Deutschland. Ja, ich tue mich traurig schwämmen, weil es ist so, ich, eben. Vor allem der Typ ist Libertärer, ja, also wer es nicht weiß, Libertäre sind die extrem Liberalen, die einfach ihre eigene, ja, Egoismus auf Kosten anderer ausleben, ohne Rücksichtnahme, ohne Einbettung in soziale Gemeinschaften, ja, und der stellt sich jetzt hin und beschwert sich darüber, dass die Leute in 845 dann erstmal an sich gedacht haben sollen. Das ist doch genau dein Konzept, du Libertärer. ne, also schon geiler Wiederspruch. Dann auch aufgegriffen wurde in einer Filmdystopie von Michael Hauke, hat ebenfalls den Namen Wolfszeit insofern relativ interessant, weil er auch wieder eine Dystopie hat. Die Welt bricht zusammen, ein Ehepaar flüchtet, der Vater wird erschossen und wir müssen uns das Ganze vorstellen, Wolfszeit, es ist am Teil meines österreichischen Regisseurs und so ungefähr wie Mad Max lässt grüßen, die mittleren Alters, wissen wir, was damit anzufangen, ja, Endzeit, die Zivilisation ist zusammengebrochen. Und samt uns, das ist vielleicht die Literarische Es gibt auch eine Roman-Trilogie und zwar von Wilhelm Landig Wolfszeit und Thule, das ist dann mehr oder weniger in der Esoterik angesiedelt, wo er nämlich beschreibt, was passieren könnte, die Mehrwolf-Mytos-Erzählungen, was passieren könnte, wenn man sich dagegen wählt, dass das, wofür man die Kräfte zusammenbricht. Also Rechtsterrorismus mal schön hier euphemisiert, ne? Was dann beschreibt, so Wehrwölfe, das waren Terroristen, das waren Mörder, ja, also das waren Banden, die getarnt umhergezogen sind, um Demokraten und Alliierte und das neue System anzugreifen. Das war der Traum der Nationalsozialisten, da so eine Terrorstruktur am Leben zu erhalten, die dann eine Rache verübt und Menschen, die gesagt haben, okay, wir müssen jetzt Deutschland befreien vom Ungeist des Nationalsozialismus, die umzubringen. Auf Befehl Goebbels wurde der erste demokratische Bürgermeister von den Wehrwölfen in Aachen ermordet. Danach haben wir uns Kameraschaft Wehrwolf genannt, also wir hatten dann ja auch hier, ich habe ja gerade das zugeschickt, wo es kommt, Ehre, der mir das zugeschickt hat, wir hatten dann ja auch so eine Logo, wir wurden gerade ein paar alte Sachen zugeschickt, die jemand auf dem Dachboden gefunden hat, kurz bevor er es alles zerrissen hat, also ein paar zerrissen Sachen sind dabei, habe ich hier auch so ein altes Logo von meinem Wehrwolf-Shop gefunden, da ist auch so ein Wehrwolf-Drauf, Neustadt 2, Wehrwolf-Shop Wismar, 10% mit Philipp 10 auf das Buch von Axel. War das jetzt so ein Open-Air-Shop für Black-Metal, so wie hier Wolfszeit-Festival, wie er sagt? Ne, das muss man ja gerne karten machen. Von Thorsteiner bis CDs. Weiß man ja nicht, kann man jetzt ja nicht so unterstellen, wie er dann gesagt hat. Was ich jedoch viel schlimmer finde, dass da inhaltlich einfach Blödsinn kommt, das war mir klar, aber mit was für einer langen weiligen Geschichte, also Wolfszeit, ein Haus runter, warum haben wir den Titanen Wolfszeit genannt? Weil Punkt, Punkt, Punkt und Kameraden und jetzt, ne, und wir müssen die Zeit entweder überwinden oder was weiß ich, aber das ist doch, jetzt labert er mich gleich nur mit dem Black Metal Open, da hat auch jemand Wolfszeit fest, wenn er kam, auch jemand, der hatte einen Wolfspelz um, oder fehlt doch der intellektuelle Anstrich des deutschen Denkers, ja, der blitzgescheiten Kriegsbirne, die hier die feistesten und schönsten Theorien produzieren kann, ne, aber im Grunde genommen jede Geschichte eines jeden Redners, egal in welchem Kontext, auch vollkommen unabhängig jetzt von der Fritte da, die beginnt mit, als ich zu Hause im Auto und meinen Mitfahrern saß und losgefahren bin, wenn dann nicht im zweiten Satz kommt, hatten wir einen gigantischen Unfall, das Blut spritzte und oh mein Gott, ich habe erste Hilfe geleistet und fünf schreiende Kinder aus dem Wagen gerettet und dann kam die Feuerwehr und alles stand in Ja und du darfst nicht vergessen, Leute, ich durfte nicht vergessen, das ist das beste Material, was sie hier erstmal genommen haben von drei Tage Ting der Titanen, also ja genau, was ist mit dem Film der Wolf-Tanz oder sonst was, es gab auch eine Band Wolfszeit, glaube ich, eine bekannte Band hat auch eine CD rausgemacht, irgendwas mit Wolfszeit oder so, glaube ich. Endlich, ich bin dann noch am Ende, gibt es noch eine Fagat- und Fleck-Metal- Open-Air-Veranstaltung ebenfalls unter dem Begriff Wolfszeit-Festival. So viel dazu, so der Begriff Stattlicht von mir ist verschiedenartig belegt, was jetzt sehr interessant ist, warum haben wir den Begriff Wolfszeit gewählt? So, Axel, jetzt mal oder jetzt mal eure Vermutung, warum, warum wurde Wolfszeit gewählt? Wolfszeit wurde gewählt, weil unser System zusammenbrechen wird unter den Sudel-Bundland-Propagandisten und den linksgrün-versifften Geldgebern, die Deutschland hassen und zerstören wollen, wie die europäischen Völker schlechthin. Deswegen steuern wir auf eine absolute Apokalypse zu, die Finanzmärkte werden zusammenbrechen, wir werden nur noch hungern, der Russe wird ja einmarschieren, weil wir uns von der NATO in einen neuen Krieg treiben lassen und dann werden alle wieder nur an sich denken und da müssen wir zusammenhalten als Rudel von überzeugenden und wissenden Vorkämpfern Deutschland wieder freimachen! Es geht um gesagt werden, das muss doch mal gesagt werden! Wenn der Dangel das nicht hinkriegt, hier in wie vielen Minuten hat er schon geschwätzt, hier sechs Minuten um einen Punkt zu bringen, dann müssen wir das tun! Mann! Es ist, Axel, es ist, es ist mir ein bisschen paradox, sage ich das ganz ehrlich, weil irgendwie wirkt das ja hier so, dass die Wolfszeit eine negative Zeit ist. Aber normalerweise ist im Rechtsextremismus der Wolf ein oft genutztes Tier. Adolf Hitler hat als Pseudonym Wolf verwendet, er nannte sich Wolf. Ja, also es ist, und er ist durchweg im Rechtsextremismus positiv besetzt. Ja, und deswegen verstehe ich jetzt gar nicht hier, oder habe ich das jetzt fehlinterpretiert bei dieser spannenden Rede, da waren so viele Punkte, ich tat mich da schwer in der Verarbeitung, weil so viele Informationen in so kurzer Zeit auf mich eingeprasselt sind, ist das ja eigentlich so verstanden, dass die Wolfszeit ab der Stunde Null ging das los, dass das Rudel, was ja negativ ist, nur noch um sich gekümmert hat, und dieser Volkskörper zusammenbrach, aber das wünschen sie sich ja für das System, sie gehen ja von der Apokalypse aus, die sie dann beerben mit ihren kruden Ideen, die sich ja auch alle überhaupt gar nicht einig sind, wenn man hört, wenn die sie an Diskussionen gehen, aber diese Wolfszeit ist für ihn ja ja auch nicht negativ besetzt, das ist ja etwas, dem diese Typen herbeisehen, diese feinen Nationalisten, diese ehrlichen Patrioten, die wünschen sich den Niedergang des Deutschlands, was wir heute vor uns haben, damit sie aus der Asche wie Phönix im Vorsteigen ihren Wahnsinn wieder verwirklichen wollen, ja, Pfui Teufel, ja, Pfui Teufel, diese Deutschlandhasser, die sich da unter dem Label des Nationalismus treffen, Pfui Teufel kann man dann auch sagen, ja, also Colt schreibt auch, der Dangel müsste sich an den Glatz mal über Barbarenöl einrubbeln, ja, das kam jetzt nicht von uns, aber auch ein guter Kommentar hier von Baltic, Wolf ist einfacher zu schreiben als Flamingo oder Kolibri, so ist es, Kolibri-Zeit, ja, da steckt schon ein Fehler mit C oder K drin, das kann ich nicht sagen, Raketen-Club, aber mal gucken, deswegen habe ich gerade die Frage gestellt, ob das jetzt positiv oder negativ ist, wollen wir die Wolfszeit überwinden und wieder zu einer Volkskörper? Nein, Wolfszeit, Philipp, du denkst, viel zu logisch für diese Leute, die Frage würde sich ja jeder stellen, nein, die Wolfszeit ist die unabdingbare Vorstufe der nationalen Erneuerung des libertären Ordo-Staates, keine Ahnung, was der sich da ausdenkt in seinen feuchten Träumen, wie er dann Deutschland gestalten will, aber die Wolfszeit wird begrüßt, damit das kranke, kaputte System, was seit 1945 von den Feinden Deutschlands hier installiert wurde, was die Volksgemeinschaft zerrissen hat, die öffentliche Ordnung zerstört hat, wieder überwunden werden kann, durch das Paradies auf Erden, was diese Typen schaffen wollen. Hindenken bekannt, dass ich sehr ökonomisch orientiert bin und ich sehe natürlich das Sozialsystem, wir haben Zuwanderung, wir werden immer mehr, aber selbst wenn man das grundsätzlich als gar nicht so schlecht bezeichnen würde, haben wir gleich genau eine Negativauslese, was Zuwanderung anbetrifft und das Ganze wird kombiniert mit dem, was man als demografisch Lande bezeichnet, der Volkstod. Was nach meiner festen Überzeugung spätestens in den 30er Jahren dieses Jahrhunderts dazu führen wird, dass die Sozialsysteme implodieren werden und müssen. Denn wenn ich und diejenigen, die so in den 60ern geboren sind, dann in die Rente gehen, dann erwarten sie eine Rente von Kindern, die sie niemals in die Welt geschützt haben. Was ja ein grundsätzliches Problem ist. Es ist richtig, aber gerade deswegen ist es ja notwendig, dass wir, ich bin auch für eine gesteuerte Zuwanderung, ich bin dafür, dass Deutschland nicht endlich nach viel zu langem davor zögern, als Einwanderungsland begreift und entsprechend in die Wege leitet, dass wir eine vernünftige Einwanderungspolitik haben, in der eben dann keine stellenweise Negativauslese möglich ist, obwohl das ja auch ein Kampfbegriff ist der Extremisten, weil da muss man auch immer differenzieren, zwischen Geflüchteten, zwischen Menschen, die Asyl beantragen, zwischen Menschen, die sich nur temporär in Deutschland aufhalten. Das ist ja alles gar nicht mal immer so glasklar und alles so deutlich, wie er es hier darstellen möchte, aber das sind ja Diskussionen, die ja in sämtlichen Volksparteien geführt werden und wo ja auch jetzt mittlerweile sehr viele große Schritte, sehr zum Leibwesen des linken Flügels, auch der Grüne, von der Ampelregierung mitgetragen worden sind, auch im Europäischen Parlament, also da tut sich ja einiges und dann immer so zu tun, das geht alles vor die Hürde, das ist vorbei und das sind so Apokalyptiker. Und was sagt er 2030? Naja, ja, also sechs Jahre noch Philipp, dann ist hier vorbei, dann ist hier kaputt, dann ist Matthäer am letzten. Ja, aber trotzdem ist für mich, okay, Wolfszeit für mich immer der Begriff immer noch, wo ich sage, what the fuck jetzt. Es bricht alles zusammen, hör doch mal zu, wenn der Mann dir was erklärt. Und dann wird es mal interessant, dann prognostiziere ich eine neue, eine weitere Wolfszeit. Ja. Und die Entsolidarisierung liegt noch nicht einer multikulturellen Gesellschaft eigentlich schon in der Wiege und ist ja im Moment, aber sie wird sich dann dramatisch noch verschärfen. Ich weiß nicht, wie erklärt der Mann sich jetzt, wenn am 4. Juli in Amerika ja, Menschen mit jedem kulturellen Hintergrund, ja, aus dem asiatischen Raum, aus dem afrikanischen Raum, aus dem europäischen Raum, dort zusammenfinden, sich als Amerikaner begreifen, dort einen Band der Solidarität knüpfen, vollkommen egal, ob es Republikaner oder Demokraten sind, über alle Unterschiede hinweg sind es alles stolze Amerikaner, sind alles Patrioten, die ihr Land lieben und in ihrem Sinne das Beste dafür wollen. Aber Axel, das Einzige, was ich jetzt rausführe, ist, er sagt ja, das gäbe es gar nicht. Er behauptet doch jetzt gerade, die multikulturelle Gesellschaft ist immanent, es hat den Systemfehler, dass dort die Gemeinschaft zerbröselt. Wie erklärt er sich denn das genaue, krasse Gegenteil in den USA? Und andere Länder führe ich jetzt gar nicht mal an, weil die USA der bekannteste Melting Pot ist, die bekannteste neu geschaffene Gesellschaft, in der jeder ins Land kommt. Axel, hier geht es aber um Deutschland, nicht um die USA. Was verstehst du daran nicht? Aber wir können es doch den USA anschließen. Aber er, sind wir das nicht eigentlich schon? Ja, sagen wir ja. Sagen wir ja, aber dann halt offiziell. Dann Deutschland, der Bundesstaat, der USA und dann halten wir auch zusammen, dann sind wir halt Amerikaner. Also, erst mal grundsätzlich, jetzt Wölfel für alle im Rechtsextremismus verbrannt, alle T-Shirts weg, alle CDs, alles mit Wölfen weg, kann man schon mal, hat sich erledigt. Das ist ja, und wenn ich das immer so raushöre bei diesen Leuten, die sich diese Negativ-Szenarien malen, da habe ich manchmal das Gefühl, die wünschen sich das. Na klar. Das soll implodieren, das soll implodieren. Philipp, du hast nicht das Gefühl, er hat doch O-Ton gesagt, du hast O-Ton gesagt, was notwendig ist. Ja, er begrüßt das ja. Er sagt jetzt nicht von wegen, oh, wie schlimm, dass das passiert, ich würde es gerne verhindern, sondern nö, ich brauche mal jetzt. Der Typ hat Mad Max gesehen und war wahrscheinlich sein Lieblingsfilm, weil er keine Frau abbekommen hat und dann lieber, ja, die er Mad Max im Endbus-Schleifert laufen lassen und das hat was mit dem gemacht. Der denkt sich jetzt auch, geil, Mad Max in Deutschland, wow, super, dann kann ich meine alte Lederbutze rausholen, ey, und dann hier, gibt Gummi. Dann wird hier aber Kasala, ne? Und dann, also er glaubt jetzt wirklich, dass er diesen Begriff jetzt ja irgendwie prägt, das glaubt er schon irgendwie, auch wenn er so, ich habe den nicht erfunden, aber, ne, also so dieses, ja, er hat es ja ausgewählt und will ihm ja jetzt dann jenseits von der Literatur, jenseits von, von auch vielleicht unpolitischen Interpretationen eine neue Bedeutung geben. Also siehst mal, wie belesen der Mann ist, ne, dass der dann hier die Romane kennt über Thule und Wolfszeit und solche Geschichten, das ist ein Denker. Ich bin immer wieder erstaunt, was der alles weiß. Also schon, also ich finde, der Begriff Genie wird ja inflationär mitunter verwendet, aber der ist schon, also der ist schon kongenial, oder? Ja, ich, ich frage mich immer, ob die Leute das dann so gucken und sagen, ja, okay, wünschen wir uns das jetzt und, und wie, wie kommt er drauf, dass er jetzt sozusagen der Wirtschaftsweise und Weltpolitiker ist, der das alles durchschaut, ja, also er weiß es jetzt. Er hat doch das danglische Prinzip. Und was ist, was ist, wenn jetzt 2030 nichts passiert, dann, ich habe mich nur vertan und fünf Jahre und dann? Ja, aber das ist ja, es gibt ja auch den, den bekannten Begriff Cash-Propheten, Crash-Propheten, Cash-Crash-Propheten, ja, um es genau zu sagen, das sind ja dann Leute, die, das ist so ein bisschen so, um das mal zu vergleichen, wir beide fahren jetzt gleich in irgendeine Spielhalle, ja, setzen uns an den Roulette-Tisch und ich schreie den ganzen Abend stundenlang von wegen, äh, gleich kommt Schwarz 5, gleich kommt Schwarz 5 und ich habe 5000 Mal Unrecht und beim 5000 einsten Mal habe ich geschrien, ist passiert und die Leute, die nicht vorher zugehört haben, werden sagen, boah, das hat der gewusst, der hat Recht gehabt, oh, naja, und so, so arbeiten diese Leute, sie, sie stellen ständig in den Raum, es wird was passieren, es wird was passieren, es wird was passieren, dann passiert irgendwann ein bisschen was, ja, und dann sagen die, guck mal, habe ich euch doch gesagt, meine Analyse war doch zutreffend, ne? Wenn wir die Situation haben, dass ein gnadenloser Verteidigungskampf einsetzt, mit demografischem Wandel, sprich weniger Erwerbstätigen und immer weniger qualifizierte Personen, sind auch das Bruttoinlandsprodukt, ganz lüchtern mathematisch, der allgemeine Wohlstand, die Wohlfahrt und die Verteidigungskämpfe werden, unter Umständen, richtig brutal werden. insofern ist das dann das Szenario, das ich sehe, worin wir uns in diesem Zyklus, Tink der Titanen 4, nachdem wir uns bei Tink der Titanen 3 beschäftigt haben, Verhältnis, Staat und Intermieterung. Manch einer hat ja wie ich umgedacht, als wir uns mit völlig irren Corona-Einschränkungen unterlegen, beide bestreiten mussten und uns damit abfinden mussten. Nun diesmal also das Globalthema, das Verhältnis. Wer sitzt denn da? Das ist ja auch hier Friedhofsblond. Schade, dass man das Publikum nicht ganz sieht. Ich würde jetzt gerne mal einen Vergleich anstellen, Philipp, weil er sagte, viele wie ich haben umgedacht, als dieser Corona-Irsinn stattfand. Wer während der Corona-Pandemie aufgrund der Entscheidung der Politik entschlossen hat, zum Titanen in einer rechtsextremen Szene zu werden, der entscheidet sich auch, wenn ihm Bier nicht schmeckt, in einer Kneipe aus der Toilette zu saufen. Das kann man schon so durchaus vergleichen, finde ich. Das ist halt Gott sei Dank. Wir sind zwischen Gemeinschaft und Individuen und wir haben verschiedenste Vortragende, die sich aus ganz unterschiedlicher Sicht beleuchten. Damit sind meine Einführungsworte auch schon beendet. Da gibt es Applaus. Sie hat aufgehört. Ende. Endlich hält er die Fresse. Geile Einführung auch. Also wenn du jetzt wiedergeben musst, Philipp, was jetzt da besprochen werden soll, was du jetzt als Resümee ziehst, was ist dein Resümee? Was hat der jetzt erklärt in seiner Einführungsrede? Was erwartet uns jetzt bei diesem Team? Irgendwas mit Zeit. Irgendwie 45 Hitler und hoffentlich bald wieder. Irgendwie so. Keine Ahnung. Das hätte man doch in drei Sätzen sagen können. Wir steuern auf eine Krise zu. Ich glaube, das Finanzsystem bricht zu und der Arbeitsmarkt bricht zusammen. Und Leute, wir müssen was tun. Kampf für Deutschland. Ja, wir beratschlagen hier, was zu tun ist, wie die Situation stiziert werden kann. Das passiert in Deutschland. Sehenden Auges. Und wir sind dazu gerufen, als diejenigen, die es erkannt haben, eine Alternative dafür vorzubereiten. Wie? Das werden wir heute hier diskutieren und untereinander hoffentlich einen gemeinsamen Weg finden, der Deutschland wieder in vorführen wird aus dem Sumpf, in dem diese Volksfeinde es hineingezogen hat. Und? Guck mal, ich bin jetzt aus dem Ärmel geschüttelt. Guck mal, weißt du, ohne Scheiß, Alter, du musst doch gar nicht viel Köttel und viel sagen können, um das besser rüberzubringen als die Fritte da. Was ist das für ein Typ? Alter, wenn das die Elite ist und das eure Veranstalter, dann wundert ihr euch, dass ihr so isoliert seid, dass ihr noch nicht mal eure Hochburgen mehr halten könnt. Alter Falter sind die am Boden. Junge, Junge, Junge. Ja, ich hatte es mir eigentlich vorgenommen, wollen wir da noch kurz reingucken? Ja, komm, das Bier-Tasting, super, komm. Also, ich muss sagen, pass auf, das, was ich jetzt hier sage, ist wirklich so, wir haben selber bei Twitch Bier-Tasting gemacht, ich finde das lustig. Wir machen kein Hill draus, dass wir mal eine Zigarre puffen und auch, wir haben im Stream auch schon einen Gin-Tonic und einen Martini getrunken. Deswegen geht es mir gar nicht darum, aber so als Type, dass ihr wisst, das ist ein Vordenker, der Michael Dangl, der organisiert dieses Tingle Titan. Ich glaube, das ist sein Projekt, ne? Das ist sein Projekt, na klar. Und, und, da wird ja so, gesagt, man ist sowas wie in Wirtschaftsweise, man ist in politischer Weise, man kann eben suchen, gucken, man weiß, was kommt, ja, man will begriffen eine neue Interpretation, ein neues Narrativ hinzufügen, dann ist aber noch was anderes, dann gibt es den Mann aber noch ganz anders und da fand ich unser Bier-Tasting. Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Deutsche Gedeckung. Deutsch, Deutschland, deutsches Bier für deutsche Interessen, deutsche Säufer, sauf keinen ausländischen Wodka, das deutsche Gersten, Saft Bier, verleiht Stärke, mischt das mit Fischöl des Barbaren und ihr werdet die Welt aus den Angeln heben. Deutsches Bier, deutsch! Axel, Axel, ich wohne hier noch mit Nachbarn. Die trinken auch deutsches Bier ordentlich. Hier ist heute Bundesrugenspiele gegenüber, hör auf. Die klingeln hier gleich. Also das ist hier wirklich nicht ausgedacht, also das ist wirklich, das ist, das ist, das ist nicht ausgedacht. Guck mal, Heimat, Altdeutsch, deutsche Getränke, super Typ. Also der ist also auch hier ein Mann aus dem Volk. Volk für deutsche Getränke. Habe ich eine Eigenwertung und ich bin selbst nämlich jetzt so genannt Brown Power, natürlich eine Verfallordnung. Brown Power mit Fuck Merkel drauf. Fuck was? Nein. Wie scheiße kann man sich inszenieren, Michael Dangel? Hier, ich. Hier, minus HN. Brown Power, Eigenkreation, der Mann ist also auch noch hier Destillator geistiger Getränke. Ein Genie vor dem Herrn. Also der Dangel, also ich verstehe nicht, warum der Mann nicht schon seit 20 Jahren Kanzler ist. Das ist ja eine Korrifäe in jeder Hinsicht. Heilbronner Erklärung. Ja. Das ist bestimmt wieder was von Ihnen. Impression, sagen wir es kurz. Diplomkaufmann Michael Dangel. Ja. Der weiß, wo der Rubel rollt. Kolumne, Leseecke, Pranger, sind wir da auch mit dabei? Ja, na klar. Ach, das sind wir die Sudelbuntland-Propagandistin. Sudelbuntland. Schlaffer und Reiz. Ja. Politmikroben ohne Kompetenz. Wenn er das sagt, ist das echt ein Schlag in die Magenhube. Also wenn so ein Typ uns die Kompetenz abspricht und Politmikroben nennt, dieser Volkstribun, ja, mit seinen unglaublichen, unzähligen Fähigkeiten, der ist schon, ja, das hat mich schwer getroffen auch, Philipp. Ich habe, ja, minutenlang geweint. Aber guck mal nur, nur, dass er mal hier so sagt, also er hat hier so eine Erklärung geschrieben, Zeit für eine Abschiedskultur, dass die Heilbronner Erklärung, nur mal so einen Satz, nur mal ausgegriffen, was weiß ich, anstatt auf eine gänzlich naive sich in ihr vermeintliche Schicksal ergebende Willkommenskultur zu setzen, plädieren wir für eine Abschiedskultur. Dieses Land kann dann nur weiterhin bedrohten Menschen in anderen Ländern helfen, wenn seine Leistungsschicht garantiert bleibt. Wir erkennen, dass der vermeintliche Segen durch die Blutzufuhr von Flüchtlingen sich bald das gesellschaftlicher Boomerang und ökonomischer Ballast erweisen wird. Also das ist schon, das ist schon Nazi-Talk, ne? Natürlich ist das ein ganz großer absoluter rechtsextremes Narrativ, er hat es schöner formuliert, Abschiedskultur, ja, wir wollen diese Blutzufuhr nicht, Ausländer raus. So, Deutschland, den deutschen Ausländer raus, schön verpackt noch, damit wir auch den anderen künftig helfen wollen. Die nächste Forderung ist doch, hier deutsches Geld für deutsche Interessen, da wird doch kein, kein Cent mehr ausgegeben für irgendjemanden, der als volksfremd angesehen wird. Aber jetzt, na gut, warten wir ab, vielleicht holt er uns ja in dem Video ein bisschen, ein bisschen noch ab. Brauch of Power, natürlich ein Qualmachung, bestehend aus Weitwitten, Gräubige, und auch geschichtete, einzelne, rekommendete Chöer. Große Ereignisse, klingt gar nicht mal so lecker. In der Nutzung über deutsche Getränke möchte ich euch den B33, natürlich eine Normalordnung auf den B52 vorstellen. Das ist ein kürbisches Getränk, das in schwarz, weiß und rot geschichtigt ist. Also ich weiß jetzt schon, wenn ich dem Mann so zugehört habe, womit der seine Abende verbringt. Ne? Ja, mit 24 Kumpels in der Kiste, aber das ist doch, ich verstehe es sogar noch, ich, 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 wirklich, ich versuche es zu verstehen aus meiner alten Denke. Ich löse mich ja nicht davon und sage, aber selbst das, selbst das, da hätte ich gesagt, ach komm, das wäre mal auf einer Kameradschaftsparty lustig gewesen, schwarz-weiß-rotes Getränk oder sowas, aber da war ich 17 in meinem ersten Kameradschaftsabend. Es gab damals aus Italien schon sogenannten Führerbein und es gab dann auch Kameraden, die haben dann einfach schwarz-weiß-rote Etiketten aufs Reichsbräu dann draufgeklebt und so Späßchen. Das ist alles nichts Neues, aber da hat man sich nicht hingesetzt und sich dafür noch abgefeiert. Das war wirklich dann so ein Gag am Ende und der Typ, der denkt ja wirklich, ich habe hier was Wunderbares geschaffen, mein Gebrauch und super und aufeinander geschichtet und ach wie lustig und ach was bin ich für ein Lustiger. Und bin ich hier vielleicht der Außenseiter, der die Getränke nach Geschmack zusammenschüttelt und nicht nach Farben? Philipp Braun, Braun, ganz ehrlich, also ich glaube dem Typ ist egal, was der läuft. In der heutigen deutschen Getränke möchte ich mich bekennen, nicht nur Patriot zu sein, sondern auch lokaler Halbhorner Bier-Patriot. In diesem Zusammenhang möchte ich euch den heutigen Stargast des Tages vorstellen, nämlich das Kämpchenbier. Zumindest dieses Kämpchenbier bitte zu sagen, es wurde über 100 Jahre lang von der Rosenau Brauerei hergestellt. Inhalber dieser Brauerei Siehst du die ganzen Schnitte? Ist dir mal aufgefallen, wie oft er jetzt in drei Sätzen hier schon geschnitten hat? Ja, na klar. Also der Typ, der hat es echt drauf. Also, vielleicht musst du das Lallen rausschneiden, dann weiß ich ja nicht. Ja, aber stell dir vor, du legst so ein 100 Jahre altes Bierrezept, das wurde hier in Lübeck auch gemacht mit einem Lückbier, das war mal sehr bekannt in der Hanse, schmeckt scheiße und aus meiner Sicht zumindest, Entschuldigung, tut mir leid, das hat ja irgendwie wieder aufgelegt. Meinst du, die freuen sich, wenn da so ein Dangle, es sieht aber schon merkwürdig aus, es hat ein bisschen Touch, Touch, man könnte fast denken, es steckt da irgendwie, weil du weißt, ja komm, also es ist schon so logomäßig, es ist, findest du nicht? Ich weiß es nicht. Man will den Leuten nichts unterstellen. Es gibt schon viele Biresorten, die tatsächlich dann so altdeutsch und so weiter und so fort, also ich weiß es nicht, ausschließen will ich es nicht, aber ich will es auch nicht einfach so unterstellen. Aber es ist, es ist, naja gut. Was uns jetzt Tages vorstellt, nämlich das Kälchenbier. So wie die Geschichte des Kälchenbiers ist es zu sagen, es wurde über 100 Jahre lang von der Rosenau Brauerei hergestellt. Inhalter dieser Brauerei war die Familie Eckert. Diese Rosenau Brauerei, die unseren heutigen Stargast, das Kälchenbier, ausgab, funktionierte dann vor ungefähr 60 Jahren mit einer weiteren Halbwohner Brauerei, nämlich der Brauerei Knuss. Und wie alle kennen es, diese Brauerei Knuss, der die Rosenau Brauerei mit unserem Kälchenbier angestellt war, funktionierte dann nach dem Ehrengesetz des Kapitalismus Wachsen oder Weisen mit der Stuttgarter Brauerei Dickelacker. Mit dieser Funktionierung verschwanden dann gleich zwei, vier Brauereien, nämlich die Rosenau Brauerei und die Küsbrauerei und damit auch die Marke der Rosenau Brauerei. Oh, Entschuldigung, ist er fällig? Ne, oh, sorry. Da geht kulturelle Vierfalt in dem Bezug, ja. Wenn so ein Bier trinkt, geht, geht auch. Man will ja auch mehr als ein Bier wegsauchen. Wenn man so viel Bier trinkt, dann muss man auch mal wechseln, Philippe. Da ist kulturelle Vielfalt gut. Aber es muss deutsches Bier sein. Es gibt ja deutsche Getränke. Wir kennen das Kälte von Heilbronn aus dem Roman, wir kennen das Kälchen von Heilbronn aus dem Roman, das Kälchen von Heilbronn. Kälchen von Heilbronn aus dem Roman, das Kälchen von Heilbronn aus dem Roman. Wir dürfen nichts vergessen, das ist jemand, der sonst das Bier zu kalt, da sieht man wie sein Gesicht fast erstarrt, deswegen musste der Schnitt dann da auch rein nochmal. Also, das ist sonst jemand, der eines der unangenehmsten Neonazi-Treffen in Deutschland macht, wo wirklich antisemitisch, homophob, rassistisch gehetzt wird und jetzt hier den... Die Szene ist auch zu geil hier. Das gießt zu schnell weg. Relativ wuchtig. Lautsame der Herzen hat man natürlich identifizieren, um ein helles, untergehringes, ausgewogenes, mildes und... Er hat doch schon einen Sitzen. Lass mich nochmal vorlesen. Ich sag der Typ einen Sitzen. Der hat jetzt schon wahrscheinlich so ein zwölf Bier weggebollert. Lies das jetzt, oder merkt man das? Ich sag der hat ein Sitzen, oder? Weißt du, was jetzt bei Kalko bekommen würde und festzustellen ist, nachdem ich starte vier und fünf probieren, ja, das ist ein Bier. Das ist ein Bier. Genau, ich hab's erkannt. Das ist ein Bier. Da gibt es von Kalko eine lustige Szene der Tee-Tester bei Wetten, das? Ja, ja, ja. Das müssen wir gucken. Der Kalko der Tee-Tester. Der Kalko für E-Genie, also absolutes Genie der Comedy. Aber der Typ macht ihm echt Konkurrenz. Der ist so Realsatire, der ist so hart Realsatire. Alter, also das Bier-Tasting zu versauen, muss man alles mal hinkriegen, ne? Alles, was aus Heilbronn ist, ist lecker. Jetzt mal mal ganz ehrlich, wenn ich mich da hinstelle, merke, das Bier ist zu kalt, ich muss die Fresse verziehen und einen Schnitt machen und muss dann noch zwei Schnitte machen, weil ich anscheinend rülpsen muss, mich übergebe oder keine Ahnung, das Gebiss rausfällt, dann nehme ich das doch einfach nochmal neu auf. Nein, lass doch nicht. Dann gehe ich doch einfach hin und zeige dir doch so ein scheiß Bier-Tasting mit dreimal an der Flasche nippeln doch wirklich einfach nochmal neu auf. Im Abgang wäre eigentlich auch so guter Geschmack vorhanden, nach einem Krankenkursbecken wurde sogar manche Orte auf der Haustelle kann das nicht sogar frisch sein, aber sehr frisch sein. Aber es kann alles verstehen, dass es selbstverständlich auf die Einhaltung und das soll ein Einhaltungsgebot bestehen. Es handelt sich um ein neues Produkt, also keine Biervermängung, keinem dieser mitunterselsam anwesenden Craft-Biere. Ausländische Craft-Biere hier. Reinheitsgebot, Tradition, Freunde. Die Niere, wenn ich euch zusammen die Bierchen trinke, ein Appellertrieb an alle Paufer und die Produktivität. Einer geht noch, ich muss, einer geht noch. Komm. Dem schmeckt doch kein Schluck von diesem heilbrauner Bier, das tut mir jetzt leid, das ist so unfair dieser Brauerei gegenüber. Das ist Tradition. Seinen ganzen Scheißbrett nur nur über Amazon gestellt und wer sein kämpfliches Thema bei dem Herrn Starbuck steuert, wie der nicht. Spöre! Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, valide Punkte, ich unterstütze auch Regionalität und finde das auch gut, dass da auch sehr viel Wert drauf gelegt wird, mittlerweile auch von großen Konzernen, das nicht eingehen zu lassen, diese Kultur. Aber ganz ehrlich, anstelle so ein Kloster Fesra oder so ein Brown Power gesöfft, was der Typ sich dazu wirbelt, da habe ich aber lieber 10 Starbucks und 25 McDonalds und 23 Amazon-Filialen. Und ein Ruhst auf alle nach so aktiven Einzelhändler, die innovativ sein müssen, die hohe Qualität präsentieren müssen, die für höchste Kundenzufriedenheit zahlen müssen. Nicht so wie gut. All die Verzinnungsunterstützungen, genauso wie dieses regionale Ihr Produkt. Das wäre jetzt. So, wenn ich jetzt nun den letzten Schluck des Jahres zu mir nehme, ich kann Ihnen schon sagen, die folgenden besonders herren Bieres werden aus dem zweiten dieser Bläschchen mit Sicherheit sagen, jetzt brauche ich ein anderes Produkt, aber... Ja, deswegen gleich mein Braunbomber. Ich habe schon 25. Jetzt in den Braunbomber. Komm, ich bin bei der B33, der B52. Ich muss den Mango-Geschmack runterspüren, ihr mit Pfefferminzplöre braun, haben wir bessere Laune und wir sind hier für die Regionalität Welt- und deutsches Bier für deutsche Arbeitslose. Also, was wir jetzt auf jeden Fall mal wieder machen, ist, dass ich mal wieder ein Biertasting mit Hänge mache, ein Blindbiertasting, das machen wir immer wieder. Kannst du da bei ihm imitieren mit so einem Heimat-T-Shirt und vielleicht auch hier... Also, ich muss wenigstens sagen, wenn ich dann beim Biertasting ein paar Bier trinke, dann sind wir wenigstens lustig dabei. Das hier ist ja einfach nur... Fremdschade. Das ist Fremdschäme. Das ist wirklich Fremdschäme. Man muss aber wirklich... So ein Biertasting jetzt zu machen, ist ja nicht besonders schwer. Aber selbst das schafft er wirklich, so würde, langweilig und penetrant aufzunehmen. Genau, dann sei doch wenigstens unterhaltbar dabei. Dass man nicht denkt so, Junge, was bist du für ein geiler Typ, ey. Ehrlich. Also, dass der nicht Kanzler ist und das... Also, der Typ... Also, ich mach mal wieder... Falls jemand mal wieder sagt, okay, ich schick eine Flasche Bier vorbeikommen, machen wir mal wieder. Machen wir mal wieder zwei, drei Biertastings. Falls jemand meldet euch bei Instagram kommen. Aber nicht die großen Pakete, wer Bock hat, dass wir sein Bier mal probiert, machen wir mal wieder ein Biertasting. Ich werde Henning gleich fragen. Okay. Wir würden glücklich sein, wenn wir dieses eures, wohlmächende Bier brauchen wir halt. Jedes Rektionale wird gut verdient und unterstützt. Nee, nicht jedes. Das stimmt nicht. Komm, hau weg! Heilbronner Jungs. Ja. Lecker war. Das ist ja mal eingeblendet. Aber, also, wiederhole ruhig noch fünfmal, dass es etwas zu kalt war. Man kann ja auch seinen Sauftrieb vielleicht mal so fünf Minuten kalbieren und abwarten, bis es nicht mehr zu kalt ist. Aber du hast ja noch zu tun. Du musst den braunen Bomber ja noch reinpfeifen. Verstehe. Du hast keine Zeit. Das Bier muss weg. Was einmal auf ist, das zisch ich weg. Das ist ja so. Also, ich muss jetzt, ich muss jetzt auch ehrlich sagen, Axel, pass auf. Ich bin wirklich ein Bierfan und ich hatte echt mal irgendwann vor, mal einen Zugang an einem Gin mir mal destillieren zu lassen. Wenn ich mir vorstelle, dass so jemand dann sich ins Internet stellt und du versuchst gerade wirklich deine Brau rein, es tut mir leid, dass euch die Trift-Käthien-Bier. Ja, es tut mir echt leid, dass ihr da missbraucht werdet. Und dann ist das, dann ist das das erste Werbevideo, was rauskommt, dass der Stadtbekannte Neonazi, ja, dein Zug haltes Bier sich in die Wand behaut, dann dabei immer das Gesicht bezieht, als wenn er irgendwie eine Tasse Essig trinkt. Alter, kannst du deine ganze Marketingabteilung, kannst du erst mal, kannst du erst mal schon mal wieder weg und sagen, wir müssen schon mal ein neues Design und einen neuen Namen suchen. Ja, das muss ja über Rebranding, also jetzt, ja, er hat sie gedangelt, da ist der, das dangelsche Prinzip, ich kann alles ruinieren, sogar Bier. Ja, super Typ, eine Korrifäe, also das kann er. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wenn ihr mal eure Firma in den Sand setzen wollt, ja, dann bringt ein Bier raus, schickt ihm das, den Rest erledigt der Dangel. Das ist so, Dankeschön an alle, die das hier supporten, Dankeschön, ZEK Plus mit Philipp 10, Werbung viel wichtiger ist, aber das Buch vom Axel, mein Buch ist draußen, das könnt ihr aber auch bestellen, bei King oder den Kongs, da gibt es eine große T-Shirt-Aktion, Leute, bitte geht auf King oder den Kongs, dann auf Aktionen und da gibt es eine große T-Shirt-Aktion, um so wirklich geile Schnäppchen zu machen, und bitte schaut euch das mal an, king oder den Kongs.de, viel wichtiger ist, aber es ist bereits, jetzt erhält ich das Buch, ist draußen vom lieben Axel und zwar, ich war der Hitler von Köln, aber du kannst da viel mehr drüber sagen, du warst bei dem Prozess dabei, glaube ich. Ja, also ich glaube, es ist unter meinem Namen publiziert worden, ich habe mal durchgeblättert, nee, kein Scheiß, ich bin froh, dass rausgekommen ist, war wirklich ein hartes Stück Arbeit, aber es hat sich gelohnt, viele von euch haben ja gemerkt, dass ich nochmal einen Monat den öffentlichen Zeitpunkt nach hinten verschieben musste, weil ich einfach gesagt habe, wenn das rauskommt, dann muss das sitzen und die ihr vielleicht auch schon von meinem Kanal kennt, wo ich mich auch über ein Abo und Unterstützung freue, sondern ich mache auch eine kleine Handreichung, wie Extremismus effektiv bekämpft werden kann, da gibt es dann in dem ganzen Buch über verteilt kleine Kästchen, wo dann kurz und komprimiert, kann man sich mir nicht vorstellen, schriftlich klappt das aber, dann erkläre, wie Extremismus effektiv bekämpft werden kann und freue mich über jede Unterstützung, wäre schön, wenn ihr jetzt kauft für euch, für eure Familie, für eure Nachbarn oder für euch zu verschenken, scheißegal, wenn ihr auch noch eins bestellt, bin ich auch nicht böse, aber bestellt, unterstützt und lasst mir ein Abo da und ein Like da, da bin ich sehr, sehr dankbar für, vielen lieben Dank. Also, bitte unterstützen, ich freue mich auch, wenn ich mal ein Exemplar kriege, hoffentlich unterschiedlich. Ich habe selber noch keins in Händen gehalten, ich muss dazu sagen, der Verlag hat also mein Kontingent auch für die Werbe und die persönlichen Exemplare nach Hause geschickt, aber ich bin ja hier beim Philippe Lübeck und hätte nicht gedacht, dass es jetzt schon vor der Zeit rauskommt, deswegen bin ich ein bisschen neidisch auf alle von euch, die es schon in Händen haben. Neidisch braucht es auf diesen Mann nicht sein, ich lasse es nochmal kurz laufen. Zum Schluss zu sagen, in der letzten Folge, Deutsche Getränke, Teil 3, werde ich euch eine weitere Eigenkreativung vorstellen, ein Likörmischgedenk, eine Verballhornung auf dem B-52, unser B-33, geschichtet mit schwarzem, weißem und rotem Likör. Super, unser B-33, ich habe einen Witz gemacht und alle alten Skinhead-Kumpels, die noch in der Lage sind zu lachen, die lachen darüber, aber die meisten haben sich leider schon totgesoffen. Ha 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 ha, komm, komm, hier, der Bier war zu süß, ich muss mein Herbes haben, hol die braunen Mom mal raus. Ich bin so ein gealter Typ. Ha ha ha, ist der lustig. Kein Sudelbuntland-Propagandist mir schlaffi und gereizt. Ich bin ein Typ, ich kann alles, nur nichts richtig. Von Deutschland, ich danke und ich bin sehr regionale Produkte. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Das hast doch du jetzt eingeblendet, Fifty. Nein, nein. Das hast doch du jetzt vorüberereien eingeblendet. Nein, das ist original. Ja, doch jetzt nicht. Doch, doch, das ist original. Hol die Marisa, die muss sich das angucken. Hol die Marisa und lass dir das angucken. Nein, die ist kein. Das kannst du dir nicht ausdenken. Der ist doch gecastet. Das ist doch Oliver Kalkovo. Das ist ja so eine Realsatire. Göttlich, gib dem Mann einen Oscar. Wie kann ich die Szene noch lächerlicher und primitiver und billiger darstellen? Michael Dange. Hier, komm, ich mach. Lass doch mal laufen. Komm, lass doch mal laufen. Lass doch mal laufen. Es ist leider zu Ende. Ja, komm doch nicht zurück. Ich will den Einspieler haben. Ich denke, Jona, alle. Oh. Das hat meinen Tag gerettet, ey. Was für ein geiler Typ. Apropos Tag. Ich habe heute noch 5 Stunden Autofahrt vor mir. Axel, ich hoffe, du hast dich gut entertaint gefühlt. Ting der Titan. Also, wir wissen Bescheid. Irgendwas mit Wolf und Zeit. Das ist wirklich auf den Punkt gebracht worden. Ja. Ja, schade für diese Brauerei. Da wollen wir mal nichts unterstellen. Ansonsten warten wir das ab. Schickt uns immer gerne Links zu von irgendwelchen Kramen, den ihr findet. Von rechter Esoterik bis Marxismus, Kommunismus auf der Straße bis hin zu Verschwörungstheorien. Schickt uns gerne die Links an info.extremistros.de oder über Instagram. Das ist alles so möglich. Also, Michael weggedangelt. Reicht für heute, glaube ich, Axel, gerne noch ein paar Worte an die Community. Ich bin jetzt so durchgedangelt und geflasht. Ich kriege hier nichts weiter zusammen. Ich brauche jetzt erstmal ein kaltes Bier. Da macht ihr keine Sorgen, aber... Ich brauche jetzt von deutschen Getränken und der Vista regionale Produkte. Regionale Produkte. Regionale deutsche Produkte. Saufen bis Vaterland. Irgendjemand wird es gut finden. Irgendjemand aus dem Rechtsextremismus wird hier drunter schreiben. Michael, danke. Richtig guter Kamerad. Wie viele Aufrufe hat das Video? 600, glaube ich. Also, 600 Aufrufe sind 600 zu viel, aber es hat sich doch... Ah, ich bin aber davon schon 7. Ich bin davon schon 7. Also, ich gucke da sehr gerne regelmäßig rein. Also, vielen Dank, Leute. Axel, danke schön für deine Zeit. Danke schön, Leute. Danke schön für das Support an all die Kanal-Begliedschaft machen. Partrayon unter dem YouTube-Video oder ein Twitch-Prime-Abo. Danke schön. Ehre geht raus.